Du fährst nicht so gerne Aufzug, oder? Ich kenne die Statistik, aber irgendwie... Keine Angst, die werden regelmäßig gewartet. Die haben eine Sorgfaltspflicht, weißt du? Apropos Sorgfaltspflicht, wer handelt dir eigentlich das neue LKSG? Unsere internationalen Lieferketten verlangen, dass wir uns um Umwelt- und Menschenrechtsthemen kümmern und diese sorgfältig dokumentieren. Bisher haben sich bei uns verschiedene Abteilungen mehr oder weniger darum gekümmert. Aber jetzt müssen wir die Verantwortlichkeiten neu definieren und die Meldepflichten komplett neu aufsetzen. Ja, ja. Die Organisation, das war auch das allererste, was wir umgestellt haben. Bei uns macht es jetzt ein Team. Und beim Rest, da hilft uns die TKUG Business App Plattform. Du weißt ja, alles an einer Stelle. Die behördlichen Vorlagen, alle abgelegt und für jeden einsichtig. Bei der systematischen Auskunftspflicht, da können die Lieferanten jetzt direkt in der Plattform ihre jährlichen Meldungen vornehmen. Und ganz nebenbei sind alle Lieferanten, und das sind bei uns wirklich ziemlich viele, in einem Lieferantenpool katalogisiert. Das klingt genau nach dem Tool, was uns gerade fehlt. So war es bei uns auch. Das ist eine Riesen-Erleichterung. Dann muss ich keine Sorgen mehr machen, wenn mal die Auskunftspflicht ansteht. Dann haben wir alles digital an einer Stelle parat. Egal, was kommt.